Und dann begrüße ich euch zum kleinen Informationsvideo. Es geht heute um den Discord. Vielen Dank an Lille von dieser Stelle, der ist nämlich online. Wer da Bock drauf hat, damit reinzukommen, vorgestellten waren wir bis 5 Uhr drin. 5 Uhr morgens erstmal gesprochen über alles müllige Themen. Wer da Bock drauf hat, Link ist in der Videobeschreibung, einfach mal drauf tippen, denn seid ihr drin. Tausend verschiedene Räume, wie sich das entwickelt, weiß ich noch nicht. Und wir werden mal sehen. Bis gleich in Discord.